Ich muss die Wurfingers davon unterrichten, dass er unter ihnen lebt, durch die Spuren der Nephilim, der riesigen Krieger, die in alten Zeiten für den Herrn kämpfen. Sie haben uns seine Gegenwart auf Erden hinterlassen, damit wir sein Licht empfangen können, das Licht der Engel, das aller Welt eingegossen wurde. Ich spüre seine Macht. Er bedeutet mir seine Liebe und beruhigt mich. Ich erwidere sie mit meinem Glauben, meiner Frömmigkeit und werde eine seiner Stimmen. Ich erwidere sie mit meinem Glauben. Ich erwidere sie mit meinem Glauben.